Hallo YouTube und herzlich willkommen zur neuen Let's Play zu Until Dawn. Im letzten Let's Play haben wir noch einmal mit dem Psychiater gelabert. Er weiß jetzt, dass wir Angst vor Clowns, Krähen und Spinnern, glaube ich war es, haben. Und hier haben wir Josh kennengelernt. Ich habe gesagt, er schaut aus, als wäre sein linkes Auge, ein Glasauge. Ich bin immer noch der festen Überzeugung und er ist der Bruder von Hannah und Beth. Ich glaube, das waren die beiden, die ich ganz am Anfang schon umgebracht habe. Und er ist liebevoll, nachdenklich und kompliziert. Also, wir machen jetzt hier gleich mal instant weiter. Und da ist wieder einer im Busch und strubbelt sich ein. Schauen wir mal, wen es als nächstes erwischt. Jo, 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 steigt hier oben mal die Party, oder was? Klar, Mann. Hm. Ja, lass mal tratschen. Und Matt und Emily sind ein Pärchen, ja? Ja, scheint so, Mann. Und was sagt Mike dazu? Ich habe das Gefühl, Mike hat schon alle Hände voll, so wie immer. Ha. Verdammt, das blöde Ding. Vereist? Was sonst? Vielleicht gibt es noch einen Weg rein. Es gibt tausend Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen könnten. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Ähm. Geh mal voran, Kumpel. Gute Ideen, lasst mal in den unheimlichen Wald gehen. Hey, Ash. Hey, Chris. Hm, zuversichtlich oder unruhig? Oh, finde ich dumme Idee immer noch. Und, alles klar? Ja, außer, dass mir echt kalt ist. Und ich hier ein komisches Gefühl bekomme. Es ist ziemlich schräg, wieder hier oben zu sein, ha? Ja. Aber hallo ist das schräg. Wer ist auch so dumm und geht da wieder hin? Okay, die Steuerung ist echt faszinierend. So ein klein wenig Zeit versetzt, wenn ich nach rechts klicke, äh, klicke ist gut, gucke. Und danach direkt nach links muss ich wirklich warten, bis sein Kopf sich dreht. Ashley sah heute verdammt heiß aus, oder? Nein. Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Zustimmen. Absolut, Mann. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen? Als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann. Sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste. Ganz meine Worte. Aber hallo. Sowas für meine Worte. Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Keine Furcht. Keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. Schon gut, schon gut. Kapiert. Wow. Was heißt, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht? Ist er der Ninja-Penetrator? Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich. Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier vier entzückende Ladies, die sich den Hintern anfrieren. Ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh, shit. Keiner steht auf Frostbeulen. Okay. Ich schätze mal, wir werden irgend so ein Fenster oder irgend so ein Scheiß finden müssen. Oder wir werden vom Killer gleich aufgeschlitzt. Kann natürlich auch sein. Und ich find's immer noch für eine dumme, dumme, dumme Idee. Verdammt. Wie sieht ja langsam der Saft aus? Jetzt fragt mir auch noch mein GPS. Endlich bin ich mal draußen und könnte es tatsächlich benutzen. Hast du nicht mal ohne dein Handy klar? Was? Wieso? Du redest von nichts an. Aber ernsthaft. Naja, es kann also viel Zeug und... Ja, hast du eine App, die uns in die Lodge reinbringt? Nope. Ist eine App, mit der du ein Date kriegst? Ja, eigentlich gibt's ja... Alter, hast du nicht. Die Antwort ist... Hast du nicht. Okay. Da fehlt die Axt. Kein gutes Zeichen, meine Freunde. Absolut kein gutes Zeichen. Aber egal. Wir sind naiv wie immer. Schaut uns mal die Kiste an, weil die glitzert auch vor sich hin. Ja, ja, ja. Das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Ähm. Okay. Und noch einmal. Und nochmal was zu lustig war. Leute, ihr seid scheißgroß. Ihr hättet auch so hinkommen können. Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Wow. Äh, war ich das? Ich glaub nicht. Hier. Nimm das. Wow, Chris. Ich hab gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also... Ich bin ziemlich sicher, ich hab noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutz doch das mit dem Feuerzeug. Äh, ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann. Es ist Spray. Oh, ja. Ah, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und wusch. Bye bye, vereist das Schloss. Bingo. Okay, du kriegst das hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durch Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Okay, ich find das ne dumme Idee. Der Psycho-Doc hat gesagt, ich hab Angst vor Dunkeln. Und jetzt bin ich allein im Dunkeln. Ach ja, und das Fenster haben wir für den Killer auch offen gelassen. Super. Guter, guter Plan, meine Freunde. Wir sterben alle. Da hinten glitzert's. Oh, das ist wieder so ein Totem. So. Ja. Das sah doch nach. Lasst uns mit dem Diorum spielen, wir sterben gleich aus. Glaubt ihr, hier war's? Und wurden wahnsinnig Mörder. Nein, der war's nicht. Und wurden wahnsinnig Mörder. Okay, fucking verstörend. Ich dachte, das wäre jetzt was anderes gewesen. Kann ich da irgendwas machen? Da kann ich was machen. Was ist das? Okay. Das sind meine Butterfly-Effekts. Alles klar. Gut. Ein weiterer Totem. Nice. Hier hinten, glaub ich, hab ich nichts übersehen. Irgendwie hab ich das Gefühl, ich bin nicht alleine. War da jemand? Ich mein, das mit der Lampe, das lass ich mir ja noch eingehen, das verstehe ich. Die war heiß. Kalter Zug. Sie ist gesprungen. Und darum ist sie kaputt gegangen. So, was haben wir denn hier? Ex-Hausmeister wegen Brandstiftung verurteilt. Rache-Schwur gegen Familie der Film-Moguls von Charlie Scott, leitender Reporter. Hm. Sorry. Noch einmal. Okay. Ihr kennt die Geschichte. Wer das durchlesen will, drückt jetzt hier einfach mal auf Pause. Ich zieh's mir nachher auch im Let's Play nochmal rein, weil ich hab jetzt grad echt keinen Bock auf lesen. Vor allem bin ich grad ein bisschen zu weit weg. Und ich werde alt. So. Vielleicht sollte ich's mir vielleicht doch durchlesen, aber... Gut, wir nennen das Kind beim Namen. Ich bin zu faul grad. So. Immer schön umschauen. Vielleicht gibt's was. Vielleicht krieg ich irgendwo ne Gun. Dann schieße ich mir nachher meinen Weg frei. Okay. Hinter der Tür versteckt sich niemand. Ich kann aus dem Bild spazieren. Sehr schön. Kann ich in die Pflanze gucken? Nein. Oh, Leute. Ich will da nicht weitergehen. Ich weiß genau, mich erschreckt's gleich. Ich seh's glitzern. Ich hör's knistern. Oh, Leute. Ich hab die Hosen grad so voll. Ja, nein. Eigentlich gar nicht so cool. Das war ein Gottverdammtes Familienporträt. Gibt's so was bei dir nicht daheim, oder wie? Hast du keine Familie? Wurdest du von Wölfen aufgezogen? Ja, Bro. Du bist gleich tot. Oh, Leute. Ich will da nicht weitergehen. Es ist hier unheimlich. Oh, ich sag's euch. Mich reißt's gleich. Wahrscheinlich ist der Mike oder irgend so ein Wichser jetzt schon wieder da drin. Oh, Leute. Ich will da nicht weitergehen. Ich hör hier irgendeinen Geflüster. Ey, Leute. Ernsthaft. Die Atmosphäre in dem Spiel ist bisher wirklich fucking nice. Okay. Okay. Das hat schon mal super funktioniert, um sie die Kiste zu bringen. Du bist ein richtiger Frauenheld, Chris. Sag mal, ist das hier Staub, der hier so rumfliegt? Oh, fuck, Leute. Also hier wird man wirklich leicht paranoid. Also irgendjemand ist auf jeden Fall mit mir in diesem Haus. Oder eine Ratte. Wahrscheinlich ist es eine Ratte. Da ist ein Hinweis. Und? Nochmal. Das hat irgendwie gerade nicht... Okay. Der funktioniert nicht. Geil, wir haben keinen Strom. Wir können keine Fernse... Ähm, uns nichts im Fernsehen anschauen. Wir können keinen Playstation zocken. Eigentlich können wir sofort in den Tod laufen. Das Wochenende wird scheiß, weil der kriegt keine ins Bett. Okay. Okay. Alter, du hättest da nicht alleine reingehen sollen. Ernsthaft. Und ein Bild. Chris und seine Schwestern. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da nähert sich mir etwas. Ich will da nicht hoch. Da kriegen mich keine zehn Pferde hoch, Leute. Ernsthaft? Wie sehr müsste man mir jetzt ins Hirn scheißen, dass ich da jetzt hochgehe? Freiwillig. Allein. Im Dunkeln. Offensichtlich muss ich da hoch. Schön. Gut. Oder ist hier noch eine Tür? Ne, ich glaube, da komme ich her. Okay, Leute. Ich werde wohl tatsächlich hoch müssen. Finde ich, ist eine bescheuerte Idee. Oh, gleich reicht es mich so. Ich sehe es jetzt schon. Ach, da oben wackelt nur das beknackte Fenster. Oder der Killer will, dass ich denke, dass nur das Fenster wackelt. Wenn ich ein Killer wäre, wo würde ich sein? Leute, wo ist denn hier das Bad? Gibt es hier eine Karte oder irgend sowas? Wenn ich ein Bad wäre, wo wäre ich dann? Okay, es wird lauter. Leute, echt spooky. Echt spooky. Und da ist das Deo. Gottverdammter Scheiß-Waschbär. Wir frieren doch hier draußen. Knutschen ein bisschen rum, da wird euch warm. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Fuck! Shit! Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer, kleiner Baby, vielfraß. Baby? Keine Sorge. Du warst bald ein großer, junger Junge sein. Home sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Nope. Was geht, Party People? Hey! Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch! Ja, komm doch rein. Mach es dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow, ganz ruhig, Cowboy. Warnen wir oder tun wir ihn her ausfordern? Warnen wir ihn erst einmal. Mike, Finger weg von meiner Freundin. Alter, wovon redest du? Lass die Finger von Emily. Emily? Ich hab absolut kein Interesse an Emily. Hau ich ihm einen auf die Fresse? Ah ja, wieso nicht? Du bist echt ein Arschloch, Mann. Niemand will dich hier. Wirklich? Was ist dein Problem, Blödmann, hä? Das Arschloch. Hey, hey, lass mich in Ruhe. Hey, was ist denn bloß los mit euch? Wir sind nicht hier, um uns gegenseitig fertig zu machen. Wir sind doch hier für eine coole Zeit, oder? Hey Mike, sieh dir doch mit Jess mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt hab. Ja, ja, cool. Gehen wir hin? Klar. Also, Josh, ähm, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche, die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich mein, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauch meine Tasche. Oh mein Gott, M, vielleicht, hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, ich... Glaubst du's? Schätze nicht? Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Dumme Idee, meine Freunde. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Gute Idee wiederum. im Exil. Im Exil. Im Sexil. Nichts dagegen. Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostars? Ich würde es mir ansehen. Äh, Igitt. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, man. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Puh. Ach. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay. Verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay. Willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Okay, die alte ist die Bärkure. Wir wissen's. Spiel aber keine Rolle, meine Freunde. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt Kommentare, wie es bei euch läuft. Wie weit seid ihr schon mit dem Game? Habt ihr ähnliche Entscheidungen getroffen wie ich? Oder nicht? Und, ja, bewertet das Video, unterstützt das Projekt, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich megamäßig freuen. Und, ja, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.